Jo Moinsen, was geht ab? Ein herzliches Willkommen hier zu Formel 2, zu unserer zweiten Season und zum zweiten Rennen auch. Also heute viele Zweis, aber natürlich heute in Baku. Falls ihr euch auf den Channel und auch die Formel 2 gefällt oder einfach unseren Channel gefällt, abonniert gerne kostenlos. Und gebt euch auch gerne ein Däumchen oben, falls ihr das Video gefällt. Heute sind wir in Baku, 6 Kilometer, 21 Kurven, eine High-Speed-Strecke, aber mit Länge. Also es ist Singapur, Monaco und so ein bisschen Monza gemischt, weil es gibt ja doch so ein paar High-Speed-Elemente. Auch so ein paar schnellere Kurven, die die letzten paar Kurven sind extrem schwierig. Und wir starten natürlich wieder von ganz hinten. Nikolas Latifi und Matsushita starten von vorne. Sete Kamara und Su. Dann haben wir Nick de Vries und Chiotto. Ueber und Etiken. Auf neun dann Correa und Bokolazzi. Ilot und Aleizi. Delareis und Massebin. Kalitron, das ist eine Frau, by the way. Boshung und Galei King. Und wir sind ganz hinten. Unser Teamkuliko startet nur einen, zwei Plätze vor uns. Also das ist wirklich heute schaffbar. Dass wir den vielleicht sogar im Folge des Starts abgreifen können. Und wir starten direkt... Na, warte mal kurz. Jetzt. Wir starten direkt ins Rennen rein. Es ist eine Einstopp-Strategie. Wir werden mit Lila starten. Dann auf Rot gehen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Los geht's. Der Start ist nicht mal so miserabel, als ich mir das dachte. Ich meine, er war nicht der Beste. Aber das sind natürlich auch die Reifen, dass wir da vielleicht einen Ticken besser wegkommen. Trotzdem. Ähm, ja. Morgen, wie gesagt, ist Minecraft Gruppensuche. Schaut da gerne vorbei. 14 Uhr beginnt sie so 10 bis 15.30 Uhr. Also ihr müsst natürlich nicht die ganze Zeit vorbei sein. Besitzt ihr die Xbox One Edition? Schaut gerne vorbei. Würde mich extrem freuen, wenn ihr uns da helfen würdet. Ein, zwei Häuschen weiterzubauen. So, das war die Werbung. Aber eine eigene Initiative. Apropos Minecraft. Später, also vorher, kam auch schon das Minecraft Riesenprojekt. Schaut da auch gerne vorbei. Ein Backup-Video und aktiviert, wie gesagt, auch gerne die Glocke, falls ihr schon abonniert habt. Hier geht es ziemlich zur Sache. Vom P18, 19 waren wir. Vom P19 auf 15. Und das in einer Kurve, weil alle so ein bisschen in Schneckenlinien gefahren sind. Und uns dann ein bisschen die Tür offen gelassen haben. Das war sehr, 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 sehr schön für uns. Sehr, sehr dumm für die anderen. Aber das interessiert uns nicht. Wir müssen hier... Oh mein Gott, Alter. Der bremste so früh. Und wird von seinen Teamkollegen aus gebremst. So, wir kommen, oh mein Gott, mit einem fetten Querstell aus der Kurve raus. Keine Berührung. Und das war mal schön. Also das ist eine erste Runde, wie ich mir die wünsche. Giuliano Alesi jetzt vor uns. Mit dem hatten wir auch im letzten Rennen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, oben rechts natürlich. Verlinkt und auch unten in der Infobox. Naja, mit Alesi hatten wir auch im letzten Rennen schon den ein oder anderen Fight. Weil der auch richtig Hardcore verteidigt. Wir haben eine neue Schwierigkeit. Man merkt, ich muss ein bisschen aggressiver reingehen. Aber die wehren sich auch. Das macht einfach Spaß, wenn sich die KI wehrt und nicht gleich in der ersten Runde nachgibt und uns vorbeilässt. Das macht Spaß. So, hier sind wir an Alesi dran. Oh mein Gott, die Mauer war sehr, sehr nah, aber trotzdem perfekt. Das kann man eigentlich, ja, so sagen. So, hier ein bisschen mehr Schwung. Ich bin ein bisschen weiter angefahren. Außen angefahren, falls ihr es gesehen habt. Und jetzt tun die schnellen Kurven ein bisschen dran saugen. Vielleicht schaffen wir es auf Start und Ziel, auch ohne der ist, uns an Alesi vorbeizufighten. Hier die Kurve ganz eng nehmen. Das ist so ein kleiner Tick. Links ein bisschen weiter raus und dann rechts komplett eng nehmen. Und dann ist man im Windschatten von dem zu überholten Gegner. Die sind auch im Ferrari Junior Programm. Sehe ich gerade da links. Der macht das Ferrari Logo. Und da hilft uns ein bisschen, wer ist das? Massepin. Der hat uns da ein bisschen Windschatten geschenkt. Danke, mein Freund. Also, das hätte nicht besser laufen können. Wir sind B13. Das nach der ersten Runde. Extrem gut. Und extrem schön. Hier haben wir nochmal die Startreplay. Sette Camaro startet von der Pole Position. Nein, Blödsinn. Das ist Nikolas Latifisch startet von der Pole Position. Und der blau-gelbe schaut echt wunderschön von vorne aus. Wusste aber nicht, dass der Rest eigentlich schwarz ist. Und ja, so ist ein bisschen die Illusion entstanden. Hier neben, ähm, ich weiß nicht mehr, neben wem wir gestartet sind. Ilot? Weiß ich nicht. Aber hier jetzt gehe ich neben Joel. Der hat uns hier wunderbar Platz gelassen. Wir hier noch. Also, das war einfach ein wunderbares Überholmanöver mit Teamkollegen. Aber auch mit Respekt, muss man sagen. Hier haben wir nochmal den Start von unserem Teamkollegen. Jean-Joel. Ähm, äh, Monegasse. Und wie gesagt, Khaledron oder Khaledron, keine Ahnung, wie es das spricht, ist eine Frau. Sie heißt nämlich Namika, glaube ich. Und das ist natürlich cool. Also, ich wusste nicht, dass, ähm, ich kannte so viel Flörsch oder so, aber die ist ja nicht Formel 2. Trotzdem, ich wusste, dass die, doch, die ist Formel 2 gefahren, oder? Doch, doch, die ist doch Formel 2 gefahren. Und die wusste ich, dass die, ähm, äh, ja, eine Frau ist. Aber bei Khaled, sorry, ich meine, jetzt weiß ich auch, warum sie lange heiratet. Also, da ist wirklich der Bray-Moment. Also, Halleluja. Dann entschuldige ich mich natürlich dafür. Und hier haben wir nochmal das Überholmanöver auf der Start- und Zielgeraden gegen Giuliano Aleisi. Wunderbar ausgepast aus der letzten Gruppe. So, vor zweiter Runde. Und hier, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Das denkt sich jetzt gerade Ilot, der hier vom Marzipin aggressivst überholt worden ist. Und jetzt auch noch wunderbar eigentlich von uns, von außen. Ich meine, wir haben uns drangehängt am Marzipin. Und ja, ja, ich finde es natürlich immer blöd, wenn man, wenn man einen überholt und ein dritter mischt sich ein und überholt den auch noch. Weil er verliert dadurch zwei Plätze, obwohl er eigentlich nichts dafür kann. So, jetzt hier, engste Kurve. Marzipin. Und jetzt passiert es. Wir drehen ihn das Heck weg. Und es gibt Geld. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte auswecken. Aber es ging nicht. Ich habe auch gebremst. Aber da war es schon leider im Gange. Wenn man nur einmal die Autos anstupst, ist es leider so weit, dass sich die einfach wegdrehen. Das ist natürlich echt ärgerlich für ihn. Und gerade noch gesagt, jetzt habe ich da komplette Rennen von ihm zusammengehauen. Das tut mir extrem leid. Das wollte ich natürlich nicht. Aber, ich meine, so Fehler passieren leider selten. Also, Gott sei Dank selten. Aber leider, wenn sie passieren, sind sie natürlich fatal für denjenigen, denen es passiert. Schauen wir nachher zum Schluss natürlich noch, wo Marzipin gelandet ist natürlich. Und hier Bokulazzi. Ich muss sogar vom Gas runter. Und jetzt, ja, das ist halt das. Wenn man voll am Schwung drauf ist, dann einmal lupft, dass man nicht hinten drauf fährt. Dann muss man sich wieder dran droppen, dran beißen. Und ja, in meinem Fall hat es gut funktioniert. Aber manchmal funktioniert es nicht ganz. 80-Kenn jetzt vorhin, das ist der Teamkolleg von Bokulazzi. Äh, Bokulazzi. Und 80-Kenn hier in der schnellen Kurve, der holt hier weit aus, bleibt auch weit draußen. Ich will damit nicht querstehen. Wenn man zu hart in die Kurve rein bremst, dann ist das Auto richtig instabil. Und habt ihr das Video schon von unserer Formel 1 Karriere gesehen? Wir waren ein unfassbares Rennen, habe ich in Österreich mir geliefert. Und schaut da gerne vorbei, weil wir hier natürlich auch oben rechts verlinkt. Chiotto hier wunderbar aus dem Windschatten raus, letzte Kurve. Man merkt aber schon, die Reifen sind hardcore. Und ich denke mir so, warum eigentlich nicht? Ich denke mir so, ja, die Box wird mir angezeigt. Es wäre schon okay. Und deswegen biege ich in die Box ab und wir holen uns einen frischen Satz. Es ist, äh, ja, besser, ich hätte auf den Safety oder so gewartet. Da hätte ich auch geglaubt, dass das eine Strafe ist. Was Gott sei Dank nicht. Also da irgendwo in den kaputten, also in den gelben rechten Flügel. Keine Ahnung, wo der her ist. Also es hat nicht viele Rechtsfights gegeben. Es waren viele über links. So, aber eine Runde später geht's aus der Box raus. Sete Kamara ist leider vor uns rausgekommen. Aber, äh, Su konnten wir einen holen. Ich weiß zwar nicht, wo der war. Also der war nicht mal in der Nähe. Also der wird wahrscheinlich vor Shiotto 4 gewesen sein. Und Su konnten wir einen holen. Das ist richtig gut. Sehr perfekto. Und, ja, ein Korea Ende der Runde. Der, ja, der hier noch immer noch mit den Lillanen herumknotscht. An den sind wir jetzt nun endgültig vorbei. Raganu Tan. Der ist natürlich auch noch nicht in der Box gewesen. Eigentlich sind jetzt so gut wie alle in der Box. Alle Führenden, die komplette Spitze. Alles ist in der Box, was geht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob unser Undercut sich ausgezahlt hat. Wir fahren letzte Kurve. Vierter sind wir schon. Und das war's auch. Da vorne, ganz, ganz vorne links, sind alle vier in einer Schnecke rausgekommen. Gelbe Flagge. Wir haben sogar Glück nach der schnellsten Rennrunde. Hat Nick de Vries, war so geblendet und hat sein Auto abgestellt. Nein, natürlich nicht. Wir schauen uns natürlich, ich hab die alle zusammengeschnitten. Und die schauen wir jetzt dann nach und nach an. Die Replays alle. Und ja, das ist natürlich schade. Aber bringt uns das Podium. Schaut gerne auf Twitter vorbei. Wie gesagt, da gibt's immer neue Infos, wenn ein neues Video kommt. Und auch auf Instagram, schaut auch gerne vorbei. Und Giuliano Alesi ist auch draußen. Wie schade ist denn das? Vorhin noch von ihm geschwärmt und vor allem Fight vom letzten Rennen. Aber diesmal ist es ein bisschen schade. Ist da ja auch in der ersten Kurve. Nein, das ist die zweite Kurve. In der zweiten Kurve, in der Auslaufzone draußen. Das ist schade für ihn. Aber da kann man nichts machen. Und dann schauen wir uns mal an, wie das alles zustande gekommen ist. Wir sind hier... Ja, mal unsere Überholung darüber. Das ist ein schönes Überholung. Und hier haben wir diesen Unfall. Ja, das war sehr, sehr blöd. Ich hab ihn da einmal angestupst und da war es schon weg. Hier haben wir es nochmal. Das... Sadala. Und hier... Ja, zack. Und da konnte er nicht mehr. Also, ich hab ihn da diesen einen Stups gegeben beim Rostbeschleunigen und da hat es ihn weggedreht. Das ist echt schade. Und das ist nicht der Fries Ausfall. Hier blinkt es noch grün. Und zack, da schon gelb. Wir sind genau das Auto dahinter. Wir wären nah dran gewesen. Aber der hat uns natürlich da ein bisschen... Ja, Gott sei Dank ein bisschen Zeit gespart. Und das könnte noch hilfreich sein auf die Pole Position. Äh, auf den Win natürlich. Hier, ja. Da war es auch aus für Giuliano Alezi. Ja, hier... Ja, irgendwie mit dem Curb drüber und dann war es auf einmal aus. Also, vielleicht war der Curb zu hoch. Ich kann es mir nicht erklären. Keine Ahnung, warum das so war. Aber, ja. Schade, natürlich. Aber, ja. Man weiß nie, was da dahinter war. Wäre cool, wenn das auch in Formula 1 2020 der Fall ist. Und hier beide, Latifi und Sete Camara sind hier nebeneinander. Wir sind ganz knapp. Ich schneide die Kurve so. Hat mich die noch nie gefahren, diese Kurve hier. Ich weiß, ich merke, jetzt ist es drin. Wir können den Win holen. Letztes Mal war es extrem hart. Aber jetzt aus der schnellen Kurve raus. Und Sete Camara, ausgerechnet sein Teamkollege, könnte uns heute so ein bisschen den Hilfswindschatten geben. Das Sete Camara gibt er uns ja selbst. Aber Sete Camara gibt uns den Windschatten, dass wir da rankommen. Schauen wir mal, wie wir vorbeikommen. Und wir könnten noch Sete Camara. Jetzt schnellste Rennrunde. Wir holen wirklich Sete Camara. Beide auf einer Geraden. Und jetzt verbremsen wir Gott sei Dank nicht der Flügel. Aber das, ja, lenkt hier zwar zurück. Ich will ja auch ein bisschen. Aber ich weiß, mit der Kurve, wenn ich vorne bin, bleibe ich vorne. Es gibt zwar keinen Sete Camara, aber die fighten jetzt schon miteinander. Ich sehe es schon. Sete Camara, Latifi hat Sete Camara überholt. Und die zwei fighten jetzt letzte Runde. Also besser gesagt, die letzten paar Kurven. Es hat sich nicht so viel getan, außer dass Latifi auch von Hubert noch überholt wurde. Das wäre dann sein zweites Podium, glaube ich, von Antoine Hubert. Sete Camara war ja letztens, ja, Dauergast. Wir waren ja sein Teamkollege mit Latifi. Aber jetzt mit Mick Schumacher läuft es hier alles perfekt. Karierte Flagge, Jacket Flag. Und wir gewinnen auch das erste Hauptrennen in der zweiten Season. Wunderbar. Gut gelaufen vom P20 auf P1. Mehr geht nicht. Also das war perfekt. Also lasst gerne mal für diese Leistung ein fettes Däumchen da oben da. Und unser Teamchef, keine Ahnung, wie du heißt Mann, aber du hast ein gutes Auto hingestellt. Ich meine, es ist hier und da noch extrem langsam, muss man nicht sagen. Aber in Spanien nächstes Mal wird es schon schwieriger werden. Auch, ich meine, ich würde auch gerne mit der Formel 2 mal in Monaco fahren. Das wäre auch sehr, sehr cool. Aber ich glaube, da müssten wir wahrscheinlich eine Meisterschaft starten, weil das wäre dann schon ein bisschen zu viel. Hier haben wir zu, gegen den sind wir auch, ja, ein bisschen gefahren. Ja, ich meine, er war in der Box, ich bin rausgekommen, er ist hinter mir rausgekommen. Da geht eigentlich nicht viel. Das war gut von ihm. Wir sind aber besser gefahren und konnten Gott sei Dank, Gott sei Dank des guten Boxen-Stops. So viele Plätze gut machen und natürlich auch dank des Ausfalls von Nick de Vries, weil das hätte dann auch nochmal ein, zwei Minuten gedauert, den zu holen. Und dann wären wir nie an die Spitze dran gekommen. Und das war einfach Glück heute. Ich glaube nicht, dass wir auf der Höhe sind wie Dems. Wir sind zwar gut, aber Dems ist noch ein Ticken besser. Man hat es auch letztens gemerkt. Es gibt 27 Punkte, zwei Zähler für die schnellste Rennrunde, 25 für P1. Das ist einfach Perfetto. Und wie gesagt, falls ihr noch mehr sehen wollt, morgen kommt noch ein spezielleres Video. Wir werden auch ein bisschen react am Wochenende, also schaut auch gerne vorbei. Und unter anderem auch morgen werde ich wahrscheinlich react. Morgen oder am Sonntag kommt ein Rack-Video. Das kommt auch in letzter Zeit ziemlich gut an. Aber das war es mit Eigenwerbung. Formel 2, es geht ins Sprintrennen. Das wird auch sehr, sehr spritzig werden, weil ich habe nicht mehr so viel eingeplant. Deswegen werden wir so ein bisschen heute in Baku Rennen 2 so ein bisschen die schnellere Variante wählen. So, die orientalischen Türmei, auch urschön hier. Also die Skyline ist wunderschön von Baku. Aber man munkelt auch, dass da wirklich jedes Gebäude so bezahlt worden ist, dass die Altstadt so schön aussieht. Weil es sonst normalerweise nicht so schön wäre. Aber trotzdem, wenn das so ist, ist es trotzdem schön gelungen. Also wirklich. Und ich meine, jeder hat eine Fassade umsonst bekommen, nur für ein Formel 1 Rennen. Die haben ja das nur einmal im Jahr. Ich meine, für ein paar Monate. Aber trotzdem, es ist eigentlich ziemlich... Ich meine, man hat eigentlich eine Bestechung bekommen für ein bisschen Leute. Ich meine, die können am Balkon gehen und sehen die Autos. So, aber jetzt geht es mal los. Unterstart vom P8, weil wir Erster geworden sind mit roten Reifen. Kommen wir sogar gut weg, muss ich sagen. Ich meine, P10 trotzdem. Aber wir waren schon wirklich 12, 15 sogar manchmal nach dem Start. Jetzt 9. nach der 1. Kurve ist eigentlich sehr okay. So, Sate Camara, der hier knapp uns hier gut noch Platz lässt. 80 Can der Nächste. Jetzt sind wir wieder auf unserer Startposition. Ist aber ehrlich gesagt ziemlich gut, muss ich sagen. Auch wenn wir heute nicht gewinnen. Ich meine, wir sind im Wissen, dass wir das Hauptrennen sowas wie von gebankt haben. Das Hauptrennen war einfach perfekt. So, 80 Can, der hier Gott sei Dank draußen bleibt uns nicht, uns nicht versaut erfährt. Weil das ist auch so immer meine Sorge. Dass der uns genau versaut hat dafür, dass wir dann einfach keinen Platz mehr haben. Das ist heute nicht der Fall gewesen. Latifi, der Nächste. Ich meine, ich sage immer der Nächste, aber ich habe ja den riesen Reifenvorteil. Sie haben die ganz Harten, ich die ganz Weichen. Und dann ist es eigentlich schaffbar, die zu überholen. Sorry, da war ein Cut drin. Ich weiß, ich habe es gesehen. Da bin ich ihn hinten drauf gefangen. Ich bin ehrlich mit euch. Da kann ich auch nicht. Und Mats Shita, der ist auch knapp hier. Den haben wir doch im vorigen Rennen. Da habe ich nicht geguckt, leider. Den habe ich ja das Heck weggedreht, das tut mir leid. Wie gesagt, nein, es war Marzipin, sorry. Es war Marzipin, trotzdem, es tut mir leid. Ich wollte das natürlich nicht, aber trotzdem. Man kann es nicht erinnern. Ich denke auch da an die letzte Season zurück, wo ich ihn hier, Mick Schumacher, in einem unfassbar schlechten Regenrennen, dass das keine Abkürzung war, Halleluja. Mann, das wundert mich auch, wo ich Mick Schumacher in einem extrem schlechten Regenrennen das Heck weggedreht habe. Also das war mit purer Nicht-Absicht. Also das war pures Missverständnis, weil ich, da war so viel Spray. Schaut es euch gerne mal an. Also schaut einfach rein in die Playlist. Schaut euch gerne auf Instagram vorbei. Weil, wie gesagt, ich würde mich extrem freuen. Trotzdem, es war ein riesen Versehen. Ich spray, dann bin ich genau hinter einem Auto gefahren. Ich wollte in die erste Kurve, könnte ich in Ungarn, reinlenken und da war sofort Schumacher und sein Heck war weg. Das war nicht schön. Da habe ich mich auch tausendmal entschuldigt, natürlich. Ich meine, es ist eh alles unecht. Aber trotzdem, es ist halt immer scheiße, wenn man einen Unfall baut. Und in dem Fall, ja, eigentlich nichts dafür bekommen. Jetzt geht's los. Wir sind hier an Chioto dran. Ich hätte doch gerne eins zum Kaffee, bitte. Oh mein Gott, hier immer, immer diese, wenn man so knapp überholt, dann kommen immer diese Quersteher. Und hier haben wir wieder Glück. Su und Pogolazzi, sorry. Su und Pogolazzi fighten hier. Und wir kommen einfach 1A vorbei. Jetzt hier gut positionieren und dann, ja, eigentlich DS macht den Rest. Er bekommt keins, wir schon. Es ist eigentlich fast zu einfach, hier vorbeizukommen. Zu einfach, sorry. Aber dann muss ich mir nehmen. Es ist zu einfach, hier vorbeizukommen. Und, weil wir haben eigentlich den riesen Vorteil hier. Den hatte ich letztens nicht. Ich hatte letztens, ähm, ja, Blitz-Golfeng eingestellt. Bin da einmal reingegangen, einmal raus. Ich hatte eigentlich keinen Reifenverbrauch. Aber trotzdem war das schon genug. Also man darf Blitz-Golfeng nicht überspringen. Das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt habe ich wieder ein kurzes Golfeng eingestellt. Und, ja, das war's dann eigentlich auch schon. Wir sind in der letzten Runde. Su ist 1,4 Sekunden hin. Ist nicht viel. Die Reifen lassen auch schon langsam nach. Ich meine, die Gelten kommen jetzt eigentlich erst in Fahrt. Unsere sind jetzt schon fast durch. Weil diese Super Soft, wie sie ja genannt werden, eigentlich sind es ja die Ultras. Ähm, aber diese Super Soft sind einfach gut. Für drei, vier Pushrunden. Für vielleicht sogar fünf, sechs. Aber dann kannst du sie eigentlich, pff, weghauen, weil es... Dann sind sie eigentlich down und dann geht nichts mehr. So, la, la. Ja, und wir sind ja perfekt dort durch. Ich bin mega, mega mäßig stolz, dass wir auch das zweite Rennen gewinnen. Es sieht aus wie, wie, ähm, gezeichnet das Rennen. Es ist aber doch, an den einen oder anderen Punkten merkt man schon, wie schwierig das Ganze ist. Oder wie schwierig das, dass das Game macht. Ähm, ich will nicht sagen, dass es im Vorbeiging gewonnen ist. Also das will ich bei Gott nicht sagen. Und, äh, würde mich extrem freuen, wenn ihr uns supporten würdet. Also, mit einem fetten Däumchen da oben. Also es gibt eh nur ein Däumchen da oben, aber trotzdem. Mit einem Däumchen da oben würde ich extrem freuen. Und wir sind in den letzten Kurven. Ich habe ein bisschen hervorgespult. Boko La... äh, Su hat wieder, äh, 0,5 draufgeholt. Das ist nicht schön für uns. Gut für ihn natürlich. Aber ich denke mal, der wird jetzt nicht auf der Geraden ohne TS uns überholen. Deswegen können wir schon mal jetzt feiern auf der Geraden. Ich habe eigentlich, glaube ich, nur mit dem Gas, das Gas gedrückt am Controller. Weil es schon vorbei ist. Zack, hier die Jagged Flag. Das zweite Mal sehen wir sie jetzt da. Wir gewinnen auch das Sprintrennen hier in Baku. Auf meiner nicht mehr so ganz geliebten Strecke. Die Strecke ist nachdem noch gut. Aber, ähm, ja, der Stil hat sich geändert. Also, manchmal wird es extrem schwierig. Monaco, by the way, noch immer noch im Hintergrund. Also, das ändern sie auch nie. Wirklich. Das hat es auch schon in 18 gegeben, dass da immer Monaco war. Und lasst doch gerne mal einen Kommentar da, wie ihr das heutige Rennen so fandet. Ich fand, es war actionreich. Es war spaßig. Aber trotzdem an einem gewissen Punkt Glück und Können. Also, und auch natürlich, ja, scheiße gebaut mit dem Unfall. Trotzdem kann ich mich eigentlich, ja, zurücklehnen und zufrieden sein mit der Leistung. So, la, la. Ja, aber ich würde mal sagen, ähm, ja, wir gehen noch zur Siegereihrung. Und dann war es das eigentlich schon für heute. Wir stehen zweimal neben Suez und ist es wieder über eine Spokulazie, sorry. Ähm, ja, Uber war ja auch im Franzose. Trotzdem, ja. Wie gesagt, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, schaut doch auch gerne auf Instagram und Twitter vorbei. Und, wie gesagt, ähm, falls ihr neu seid auf dem Channel, abonniert euch gerne kostenlos das Video. Ah, das Ding Kanal. Und gebt auch gerne den Video ein Däumchen hier oben, falls es euch das Video gefallen hat. Und falls es euch nicht gefallen hat, schreibt doch auch gerne rein, warum nicht. Also, das würde mich auch sehr interessieren. Für heute war es mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's nach Spanien. Da werden wir auch eine Show abliefern. Und bis dahin, unser Teamkollege nur zwölf da bis dahin. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt morgen zur Gruppensuche und ciao. Outro 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 Outro